heute hatten dfp pokal msv duisburg gegen sc paraben 07 1 zu 3 verloren dadurch hat ist duisburg raus und paderborn ist weiter paderborn insgesamt viermal gegen duisburg gewonnen zweimal gegen duisburg verloren und neunmal gegen die so verlaugung insgesamt tore wurden minuten durch kohle olivera so sieht aus deiner 52 minuten bernard t p t so gemacht so sieht er aus dann hat 61 minuten kai pro ger das toll gemacht so sieht er aus würden dann zu leisten mit 7,8 und dann 76 minuten hat weil ich muss er hat das ist ja noch schlechter ich kann das nicht aussprechen tut mir da dadurch ist es raus und paderborn ist weiter wo er erstmal diesburg geführt hat und sehr enttäuscht aus der ersten liga haben hatten erst nicht mehr als paderborn einfach wenn man sieht wie besser gespielt hat nichts gegen duisburg ich mag beide vereine aber wenn man hier sieht hat es nicht gereicht